Boah, da könnte man voll die epischen Outtakes machen, jetzt schon. Es ist alles eingepegelt, alles läuft super. Ich muss vielleicht noch ein Schild kreieren, das an die Tür hängen, Aufnahmen nicht stören, aber ich glaube, das wird eh ignoriert, von daher mei. Ja, ich habe auch so ein bisschen Wofo, wenn ich so bitte in der Aufnahme, wenn du meine Mom gerade zureinkommst, so einfach so, hallo. Ja, ich kann ja hier ganz schnell muten, zum Glück, und zur Not schnippel die Schnipp, Schnipp. Wie kann man sich eigentlich ganz schnell muten? Ich habe das so Ding, einen Knöpf von meinem Headset. Ich auch. Warte, jetzt sag mir mal bitte, ich habe nämlich auch so ein Knöpfchen, ob ihr mich dann noch hört oder nicht. Nope. Jetzt nicht mehr, wenn du es gerade was gesagt haben solltest. Ich habe es, nee, ich weiß, weil da so ein Pum, äh, das ist so. Hört ihr mich jetzt? Ja. Okay, warte, ich sag jetzt nochmal was. Nein. Klar, okay, das ist dann wirklich ein Stummschallknopf, das ist sehr, sehr gut. Boah, dieses Bamm, Alter, ist schon richtig ekelhaft, ey. Okay, okay, also, ähm... Martin, hört ihr mich? Nee, wir hören dich nicht. Also, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht die Mute-Knöpfe ausprobieren, das wäre... Das ist nicht das Hauptproblem. Also, 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 hallo... Alter, hör auf. Alles klar. Also, dann starte ich jetzt die Aufnahmen. Alle bereit? Nein, 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 nein. Ich starte Outer City nicht. Ich mach das... Achso, alles über Camtasia ist hier okay. Ja, die Sound-Quali ist jetzt wirklich gut, also, die ist ganz okay. Ansonsten... Good luck. Ja, danke. Ansonsten nehme ich das halt einfach beim nächsten Part halt auf, mit Audio, mit Outer City, also, ist das sehr gut zu nehmen. Ich stehe jetzt noch schon fünf Minuten hier im Ding, im Titelscreen, aber egal. Komm, wir schneiden, zum Glück. Dann nimmst du schon auf? Schon fünf Minuten. Alter, mach das mal weg! Okay. Ja, gut, Alex, bist du ready? Nein. Bist du jetzt ready? Nein. Tiger, wir haben schon 16.01 Uhr. Jogi, das müssen wir, dass wir sie nachher nochmal neu aufnehmen und uns das Outtake machen. Muss man den Account bestätigen auf Gmail? Ja, muss den Account bestätigen. Alle, jetzt macht doch mal hin, wir haben 16.02 Uhr. Oh yeah, Nachricht auf Skype bekommen, fettes Slick, Alter. Ich habe jetzt Username, meine E-Mail-Adresse eingegeben. Vollidiot. Und ich würde sagen, stellt euch doch einfach mal vor. Ja, ich habe gedacht, wir machen das sehr gut, finde ich. Es ist mir echt leid, dass ich so eine hohe Stimme habe, bestimmt kickt jetzt Ohr und Krebs. Es ist mir echt leid, aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Aber ich werde die Zeit jetzt mal ganz kurz auch produktiv nutzen natürlich und hier eine Runde mal mir die Steuerung angucken. Ja, und ich werde erst mal gucken, dass ich jetzt hier meinen Charakter erstelle. Leute, Leute, mein Telefon klingelt. Das ist jetzt... Ey, ein Moment. Ja, viel Spaß beim Ding gucken. Also wie ist das ganz Prinzip zustande gekommen? Ist ja eigentlich so gewesen, vielleicht die Leute, die jetzt bei mir auf dem Kanal mal ab und zu ein bisschen vorbeikommen. Okay, bitte noch mal neu aufnehmen. Ist das gerade dein Ernst? Können wir bitte noch mal neu aufnehmen? Hallo? Ja. Jetzt ist die ganze Aufnahme für den Arsch, du Affe. Das hat's Pokémon geschlossen, ey. Wenn es jetzt nicht mehr geht, dann gibt es Schläge. Wie schnell Alex einfach gesprochen hat. Und Alex, bleib ganz ruhig. Du musst nicht runterrattern. Hallo, ich bin Alex, aka CrythingHard. Und ich liebe Eichertheese. Und das wollte ich euch nur kurz gesagt haben. Grüß gemein. Bleib einfach ruhig. Wenn du nervös wirst, dann sagst du irgendeine Scheiße in dem Part und das kommt dann mit ins Video. Und das ist dann Scheiße rauszuschneiden. Wenn dann auf einmal mit einem Video irgendein... Was weiß ich... Basti. Also wirklich ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben. Richtig. Und dann habe ich noch den Crything Sprites dabei. Ich hab mir dann falsch gesagt. Ich bin der Dönermann 92. Achso, okay, alles klar. Genau, Dönermann 93. Okay. Ja. Genau. Und ich join auf den Server 0. Richtig. Das habe ich nämlich auch getan. Und ich werde jetzt erstmal hier... Äh, fett. Mein Charakter. Lass nicht. Egal, geht auch PTS. Geht auch nicht. Klappt's bei euch? Ja. Ich stehe ja auf dem Serverenlauf ganz munter rum. Bei mir steht Kult noch Select Survive ID. Also ich, bei mir klappt's auf jeden Fall. Also... Alex, das musstest du eigentlich vor... Ich hab's von mir. Das hat eben geklappt. Warum, Alex? Warum? Warum? Ich hab's von mir... Warum muss ich... Das ist in jedem Part, den ich mit dir aufnehme. Immer muss ich schneiden oder ich muss irgendwas rauscutten, weil... Weil du einfach das nicht gebacken kriegst, ein Spiel zu installieren, geschweige eine Aufnahme zu starten. Das ist doch unglaublich. Ich hab's gar nicht informiert. Das hat mich... Oh. Da kriegst du Eichelkrebs, ey. Das ist unglaublich, ey. Das war auch beim... Beim... Yu-Gi-Oh! Pro so. Da musste ich dreimal die Aufnahme neu starten. Oh, Junge. Ich krieg... Ich krieg da echt zu viel. Es gibt mir so derber auf der Eier, ey. Boah, geil. 17 Minuten Out-Tech-Material. Fettes Like. Oh, wait, es hat sich fast großen Fehler gemacht. So. Werde ich, du... Bitt, traut dich das noch einmal hier in meinen Fenster zu verschieben. Das muss ich... Ja. Das in die richtige... So, mein Fenster passt jetzt auch wieder. Schön. Ja, mein Fenster mach ich grad auch. Muss ich auch grad wieder kurz anpassen. Ach, Drops Fenster. Ich mach mein Fenster auf. Du mach mein Aufnahme in den Fenster nicht auf. Warum? Wenn irgendein lautes Auto kommt. Junge, ich wohne... Junge, ich wohne in der Siedlung. Ja, das ist doch gut. Drei, zwei, eins. Drei, zwei... Freunde, zwei, eins. Wir werdenции moving. Immer tive興regend. Dus ich bin-tern pouvoir. Das bedeutet Maine. Die weiters Julie, und Voy savez. Das Ganze.